recht herzlich willkommen zur 120 folge von city skylines der maz hatte geschrieben nicht nur das erste mal das schon wiederholtes mal gewesen ich habe das letzte mal nur vergessen zu sagen wollte ich noch gesagt haben der hat uns hier geschrieben dass wir unsere stadt warte mal wo sind sie hier die küstenstraße vielleicht zu einer autobahn umbauen sollen weil wir eigentlich zu diesem industriegebiet nur ein zufahrtsweg haben der resultiert eigentlich ja von dieser autobahn kommt keiner runter hier geht es runter aber nicht doch hier geht es ja runter hier ist die zufahrt aber diese kommt wiederum aus diesem ort und von dieser autobahn kommt keiner runter hier ist auch niemand das geht einfach nur rüber geht die zufahrt hier ist auch noch von daher gegeben aber wir könnten mal schauen dass wir den verkehr hier runter leiten sollten also die zweite zufahrt ist natürlich definitiv hier über die brücke und hier drüben hier haben wir schon ein autobahn ähnliches kreuz also dieses anbinden per autobahn meint er zum mehr und wasser knappheit küstenstraße soll zu einer autobahn werden hier unten also das bedeutet wir müssen relativ viel abreißen äh straße autobahn autobahn und upgraden wahrscheinlich ne upgrade ist das ne straße verbessern so welche richtung ist jetzt das gemacht ok das wäre jetzt autobahn wir machen das jetzt erstmal einspruch ist es zwar nur den er dann genommen hat den biller gar nicht mehr achso den haben wir schon alles klar wir kommen von hier mit der autobahn interessanterweise kann eine autobahn auch kreuzungen haben undenkbar eigentlich ne ist schon so jetzt bedeutet das dann dass wir daneben noch eine autobahn bauen müssten da ist eine bus haltestelle die kann da jetzt nicht mehr sein wird schwierig mit dem abreißen wahrscheinlich da sind ein bus haltestelle nur glück gehabt geht sogar so das ist die autobahn in die richtung ok ich weiß jetzt nur nicht aber die zweite spur noch daneben kriegen warte mal das machen wir noch mal anders wir fangen mal hier an und gehen darüber das ist halt jetzt so ich glaube da müssen wir noch mal dran arbeiten das ist irgendwie doof geworden das ist jetzt viel geld gewesen wahrscheinlich aber ok wir müssen mal nicht einrasten ich möchte den nicht mittigen dingen haben das ist schon mal eine spur und die müssen wir obwohl ich glaube wir können die jetzt auch von hier aus verlängern da kommen die lokalen da kommen die lokalen blau oder ok das hat nicht gefruchtet das muss man das noch mal von da nach da machen ne das will also nicht interessant also weg müssen wir leider abreißen von da geht's los da will er nicht anlocken da will er nicht anlocken ok das funktioniert irgendwie nicht ok das funktioniert irgendwie nicht also das ist alles wenn wir nicht anlocken dass wir nicht anlocken das ist das ja da kann man das auch nicht anlocken nicht anlocken die von da die 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 okay das geht gar nicht die autobahn hört ja auch hier auf genau da das würde gehen machen wir erst mal so aber ach wieder falsch rum weil tun wir sowieso nicht so ja auch ein neues so so aus als ob das sogar geht das geht auch geht die sind gerade am bauern ja so jetzt brauchen wir immer erst mal zu bringen der da lang geht und natürlich auch eine straße runter geht ich würde mal sagen so ne ne eigentlich ist es schlecht so was wird jetzt jetzt gemacht irgendwie baut er gerade schlecht so eine kreuzung reicht da da und von dieser seite aus müssen wir dahin da ist wieder eine bushaltestelle die dann nicht funktioniert nehm nimm sie weg geht sogar wunderbar so hier haben wir einen autobahn zubringer und abbringern abbringern das sieht dann so aus als ob diese straße abgerissen werden kann machen wir auch so so weil die wollen wir ja nicht mehr haben dass die hier drauf fahren oder so so dann können wir wieder autobahn weiter bauen noch das ist hier noch keine ne stopp das muss hier upgraden hier ist wieder eine bushaltestelle die weg muss jetzt hier irgendwo noch einer können wir auch gleich weg machen da ist auch noch eine kann auch weg und wo ist noch eine dass der hier dreht ich sehe keine bushaltestelle jetzt hier war da ist einer und das war's dann so die fahren jetzt erstmal runter lang gut dann sollten wir ganz einfach die bahn natürlich hier runter weiter ziehen da wieder auf autobahn dahin dorthin andersrum drehen muss ich so rum und diese bahn muss dann verlängert werden ja 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 dafür muss das auch mal abgerissen werden kann ich jetzt nicht ändern kann ich jetzt nicht ändern ja muss mal gucken wie wir da noch vorbeikommen ne ja 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 die spur nehmen wir nochmal weg ja 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 So, schön aussehen ist was anderes, ne? Gucken wir mal, frisch. So, jetzt sieht es besser aus. Okay, und die andere Straße muss dann die Gegenfahrbahn sein, ne? Haben wir schon. Passt. Upgraden, das Ausrufezeichen. Und so rum. So, hier geht's dann da lang. Kriegen wir das hin? Gute Frage, ne? Ich glaube, das letzte Ende müssen wir nochmal wegnehmen. Und hier wird's nochmal knapp dann, aber ich glaube, das wird auch daran scheitern, dass der Park im Weg ist. Gut, und auf geht's. Äh, ja, weg, können wir jetzt nicht anders machen, ja. Und das kommt auf weg. Hier kommt dann eine Autobahn nach. Äh, das ist schon die Autobahn, ja, ne? Ja, das ist schon die Autobahn. So. Es gibt doch tatsächlich schon welche, die drauf fahren. So, und hier haben wir jetzt ein Wasserproblem gleich. Und zwar brauchen wir dann Strommasten. Wieso geht der da nicht rüber? Komisch, ne? Mal so, ganz einfach. Und die andere Seite können wir abbeißen. So, das ist alles weg. So, Autobahn ist jetzt da. Hier haben wir noch jemanden wohnen, der da aber auch nicht mehr lange wohnen wird, wahrscheinlich. Genauso wie das da. Abbeißen wollen wir. Den weg. Wir sind das für ein Gebäude, müssen wir gleich mal gucken. Ich möchte jetzt erst gucken, dass die Autobahn fertig wird. Ja, die hört jetzt mal ein bisschen doof auf. Das müssen wir noch bearbeiten, aber denke ich mal, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Nicht in dieser mehr. Abfahrt haben wir jetzt erst eine hier irgendwo gehabt. Oder haben wir die schon wieder weggerissen? Ne, ich glaube, die ist weggerissen, die war hier, ne, oder? Hm. Gar nicht zu sehen mehr, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Hier ist er, hier ist die Abfahrt, da haben wir sie gemacht, okay. Ja, dann würde ich sagen, muss hier noch einer hin, dass wir das hier nochmal haben. Und dann schauen wir weiter. Okay, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss. , tschüss. Vielen Dank.